Moin und willkommen zurück zu A New Beginning. Ja, unsere gute Faye wartet hier schon ein bisschen, ähm, ungeduldig. Oh, Wartungsklappe. Ansehen, öffnen. Dahinter wird die Elektronik sein. Sag bloß, dann guck doch mal. Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Äh, ja, schon gut. Kein Problem, das öffnen wir. Also, was wir machen wollen... Genau das, was ich brauche. Ja, okay, also... Ja, das war leicht. Ja, alles klar, hast du super gemacht. Gut, ähm, wir wollten uns den Datenkristall angucken. Da siehst du, da ist der Kristall drin, um mal zu sehen, was da drin ist, beziehungsweise, der soll ja defekt sein, die Daten halt eben neu herunterzuladen. Ähm, ja, gucken wir es mal an. Hauen wir es mal an. Hm, kein Strom. Kein Strom, okay. Durchgeschmorter Chip, den können wir entnehmen. So, kleiner Chip, du hast tolle Arbeit geleistet, aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Leb wohl. Richtig, und stattdessen setzen wir den frischen Chip ein, die beliebig gegeneinander austauschbar sind. So, rein mit dir. Ich vermisse die Tiere und Menschen. Ständig nur diese Maschinen, die sich nicht einmal bedanken, wenn man ihnen hilft. Hm, okay. Intakter Chip. So, dann können wir es jetzt benutzen. Nein, geht immer noch nicht. Hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke. Wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen. Oh, okay, gut, ja. Dann gehen wir doch mal in die unteren Stockwerke. Und so, na, komm, ja, okay, ist klar. Wir hatten da hinten ja ohnehin noch einen Raum, den wir erkundschaften wollten. Äh, tete, tete, hier war nichts weiter, ne? Das sieht nach einer Tür aus, ist aber keine Tür. Okay, dann nichts mehr rein. Okay. Da tickert was? Was tickert da? Schloss? Okay, Maschine. Ansehen. Hallo? Ist da jemand? Äh. Die Tür ist gerade ins Schloss gefallen, kann das sein? Red Curry Cola, neu. Hm. Ach, ein Nutrimat. Wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt. Hm. Bedienen. Geht wahrscheinlich nicht ohne Geld, ne? Passiert nichts. Hm. Gut, kannst du was mit dem Schloss machen? Ein elektronisches Schloss? Wie seltsam. In der Tat. Und warum tickert das so? Das hört sich eher nach einer Bombe an, als nach sonst irgendwas. Also gut, Turbinenkammer. Wow. Riesige Turbinen. Ich nehme an, sie versorgen das restliche Gebäude mit Energie. Seltsam, dass dieser Raum Strom hat. Die Turbinen sind doch aus. Hm. Naja, in der Tat. Irgendwas in den Abfluss gefallen? Nein. Was ist mit der Panzertür? Ansehen. Am Ende des Raumes war eine schwere Panzertür. Jemand versteckte sich auf der anderen Seite. Das wussten Sie? Ich spürte es, ja. Es war die gleiche Person, die vorher meine Sonde gestohlen hatte. Und woher wussten Sie das? Gut, das konnte ich da noch nicht wissen. Aber darf ich jetzt vielleicht weitererzählen? Hm. Ach, ich mag das, diese Kleinen. Äh, ja. Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Hm. Okay, durchgucken. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Okay. Kannst du jemanden rufen? Wenn, wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte, dann wäre es mir lieb, er oder sie würde sich zu erkennen geben. Nein? Also gut, dann nehme ich jetzt mein Messer und mein, mein Plasma-Gewehr und sehe mich hier weiter um. Ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen. Das hat ja super funktioniert. Guck mal, hier befindet sich auch eine Wartungsklappe. Eine Wartungsklappe oder sowas ähnliches. Hm. Können wir die öffnen? Sie ist zugeschweißt. Als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Oh. Okay. Gibt es denn wenigstens was zu entdecken? Ich schaute durch die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Eine zweite Sonde wäre da sicherlich hilfreich gewesen. Es gab aber keine zweite Sonde. Und wenn, dann hätte der Fremde auf der anderen Seite sie doch auch nur wieder eingesteckt. War ja nur so eine Idee. Hm. Gut, also schön. Ähm. Schalter, Klappe. Dann lasst uns mal gucken, was es hier mit auf sich hat. Stellen wir Strom wieder her. Okay. Terminal, Schalter, drücken. Nichts. Ich muss wohl erst den Generator anbekommen. Hm. Okay. Terminal. Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Ja, super. Oh je. Das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Hm. Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Okay. Alle Lampen grün leuchten. Das funktioniert nicht. Das ist gelb. Einer. Zwei. Okay. Oh, das geht auch noch in unterschiedlichen Abständen. Na super. Okay. Gut, warte mal. Das ist drei von oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Die Frage ist nur, auf was müssen wir das bekommen? Jetzt ist es null. Okay. Grün. Oh, die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Hm. Okay, na gut. Das hatten wir herausgefunden. Gut, dann machen wir das erstmal nicht. Was ist denn hier mit? Der Schwimmer ist schon wieder zu weit ausgeschlagen. Ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge benutzen. Hm. Sieht ganz so aus. Nein. Das geht erstmal gar nicht. Nach oben? Hä? Nach unten geht nicht. Nach unten geht nicht. Nach oben. Welcher Schalter ging nochmal nach unten? Der hier, ne? Nein. Welcher ging nach unten? Der ging nach unten. Nein. Okay. Die Frage ist nur, in welche Richtung geht der hier? Nach ganz unten. Okay. Mit dem bekommen wir die zwei hoch. Mit dem ein hoch. Jetzt nochmal nach unten. Geschafft. Wenn ich jetzt den Hauptschalter betätige, sollte es wieder Strom geben. Cool. Puh. Auch das noch. Ein Kurzschluss. Das ist ja fantastisch. So. Okay. Die Klappe können wir wahrscheinlich wieder schließen, ne? Ja. Okay. Sie laufen wieder mit voller Kraft. Ich sehe da aber nur eine, die läuft. Gut. Die Wartungsklappe, da können wir nichts machen. Weil, was war... Ah, nee. Das ist Turbinenkammer. Gut. Gibt es hier noch mehr? Hm. Ein elektronisches Schloss. Wie seltsam. Kriegen wir das dann irgendwie auf? Membran? Das hat er tatsächlich gemacht. Ist ja ein Ding. Wie schlau. Ich ziehe die Energie aus dem Schloss in die Batterie und kann es dann öffnen. Cool. Schabuck. Oh. Wie... Wie soll ich das Delvin denn nun erklären? Besser, ich behalte es für mich. Äh... Ja. Ah. Münzbehälter. Reingreifen. Was ist das? Hey, das kenne ich. Das ist Geld. Nicht möglich. Das haben Sie sofort erkannt? Ja. Mein Vater hatte mir welches gezeigt, als ich noch klein war. Wir hatten nie genau verstanden, wie man es benutzte. Aber bald sollte ich es herausfinden. Hm. Okay. Münzen. Ja, super. Bekommst du denn auch... Wie gut, dass das Loch gerade hier entstanden ist. Äh, ja. Bekommst du denn jetzt auch irgendwas hier... Hm. Naja, raus? Passiert nichts. Nee. Du musst wahrscheinlich erst die Münzen da reinstecken, ne? Das wäre ja lustig. Sieht aus, als könnte es passen. Jetzt ist es weg. Okay. Und jetzt? Eine Flasche. Hey. Eine Flasche Red Curry Cola. Red Curry Curry. Echt? Also Cola ist ja okay, aber mit Curry-Geschmack? Leer. Wieso leer? Wir haben noch gerade... Was? Wir haben noch gerade da Geld reingeschmissen. Hm. Benutzen können wir sie nicht mehr. Ein Nutrimat. Ein Nutrimat. Okay. Na schön. Also, da wir jetzt wieder Energie haben. Sie sprach zwar von Kurzschluss, aber ich würde ganz gerne gucken. Ähm... Haben wir das hier schon angesehen? Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Riffung für Elise. Ja. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte. Hm. Okay, gut. Also, das hatten wir uns schon angesehen. Ich gehe mal wieder nach oben. Ähm... Mit ein bisschen Glück hat dieser Kasten dort jetzt genug Energie. Ähm... Okay. Gut. Ähm... Das geht wohl nicht. Na schön. Was haben wir dann? Zeitfunkgerät. Oh, wir könnten... Ach, siehste. Das hätte ich auch gleich mal machen können. Wir können mal versuchen, ob wir mit dem Funkgerät, ähm, jemanden erreichen. Zack. So. Wieso tickert das hier immer noch? Schalter. Hat ich den gedrückt? Geht immer noch nicht. Hm. Sieht so aus, als müsste ich rausfinden, was da los ist. Okay. Also, ähm... Zeitfunkgerät. Hey, ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Ö. I. Da passiert nichts, ne? Uah, ah! Weg! Aus! Wer ist da? Hey! Aus! Ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir! Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Ö. Was? Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Hm, das glaube ich auch. Sicher. Wer ist hinter dieser Tür? Was ist hinter dieser Tür? Was? Das Magazin. Mein Zuhause. Äh, okay. Nigel? Ist Nigel hier irgendwo? Wer ist Nigel? Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Hm. Ich gehe dann mal wieder. Das lässt er einfach so widerspruchslos mit sich tun. Okay. Gut. Äh, die Wartungsklappe beschäftigt mich noch. Was können wir denn damit mal machen? Ist die Cola geeignet, dass wir da... Das bringt nichts. Oh, genau. Zugeschweißt. Okay, schon gut. Ähm, Zeit vom Gerät. Nee, nee, nee. Hm. War nur so ein Gedanke. Okay, also wo ist der Kurzschluss? Nee. Die Turbinen laufen. Jetzt muss ich nur noch den Strom ins Gebäude bekommen. Na gut. Also gut. Ähm, die Turbinenkammer hier hinten ist etwas... Hm. Ich benutze mal die Leertaste. Das haben wir alles gemacht, gemacht, gemacht. Warte mal, hier gibt es zwei. Klicks, Terminal und... Terminal und Schalter. Nö, sieht nicht so aus. Okay, wieder raus. Wir müssen wohl dem Kabel folgen. Aber welches ist das Kabel hier oben? Wie ein Kabel entlang? Tja. Aber müssten die nicht direkt bis zur Turbinenhalle folgen? Da, guck mal, da ist ein Kabel. Ansehen. Und das sieht auch nach einem Kurzschluss aus. Ein altes undichtes Kabel in einer Pfütze. Das muss der Grund für den Kurzschluss sein. Na, guck. Es läuft hier die Wand entlang. Und zwar bis... Bis hier. Dann verschwindet es einfach. Ähä. Ja, und was können wir jetzt damit machen? Ja. Ne, schon gut. Da ist eine Abdeckung. Die können wir uns jetzt ansehen und dann öffnen. Die Schaukästen sind hiermit verbunden. Hm. Vielversprechend. Ui. Okay. Stecker. Das ist die Strombuchse für die Schaukästen. Die Strom... Äh, die Schaukästen brauchen wir ja nicht, ne? Ja. Problem gelöst. Sehr gut. Ach. Wunderbar. So, heißt das, wir können jetzt tatsächlich uns den, ähm... den Inhalt des Kristalls ansehen? Oder etwas Neues daraus spielen. Rüber, rüber, rüber. So. Und Terminal? Oh je. Das klingt aber nicht gut. Guten Abend. Vielen Dank für die Wartung dieses Terminals. Äh. Guten Abend. Gern geschehen. Nennen Sie nun Ihr Passwort. Das Passwort. Ähm. Das Passwort. Oh doch, das hat er uns ja gesagt. Blaualge. Da ist es. Das Passwort ist... Blaualge. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Hm. Okay. Was ist das hier eigentlich? Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Ich verstehe das alles nicht. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Mein Name ist Quickie. Und ich bin Teil des multifunktionalen Quickie-Informationssystems Platin. Um Ihnen Ihren Aufenthalt in der Jack London Library so angenehm wie möglich zu machen, verfüge ich über ein komplexes, aber leistungsstarkes System hochmoderner Höflichkeitsalgorithmen, spreche fließend 34 Fremdsprachen und biete Ihnen Zugang zu... Was? Zugang zu... Was? Okay. Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Ja. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Okay. Ich möchte noch mal die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Service-Angebot aufmerksam machen? Nein. Danke, das ist nicht nötig. Zu welchen dieser Themen benötigen Sie weitere Informationen zum Angebot unserer Cafeteria? Ich habe doch gesagt, zu Vorteilen für Premium-Account-Kunden oder zu unserem vielseitigen E-Learning-Angebot. Was? Ich möchte einfach nur die Daten herunterladen. Okay. Ich möchte einfach nur die Daten herunterladen. Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Wie wäre es mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel? Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. Oh, das ist ja fast wie bei der Bahn. Okay. Was ist denn nun so eine Cafeteria? Was soll die mit dieser Premium-Account sein? Dann will ich jetzt etwas über E-Learning wissen. Dann will ich jetzt etwas über das E-Learning wissen. Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Wussten Sie zum Beispiel schon, dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Mädchenflash? Oder dass Sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Wenn Sie sich jetzt bei unseren Servicemitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüsselanhänger gratis dazu. Alter, ich will doch nur die Daten. Ah, was? Äh, ist es sowieso egal, was ich sage. Cafeteria. Ich brauche doch nur die Daten. Wozu diese Premium-Angebote? Äh, Cafeteria? Cafeteria? Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot? Alter. Brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Sie möchten also keine Informationen zu unserem Service angeboten und die Daten gleich herunterladen. Sehr gerne. Endlich. Ich lade, ich lade, ich, Vorgang wurde abgebrochen. Was? Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service-Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Es gibt keine Arbeiter mehr. Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid, ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service-Points. Ja, fantastisch. Ähm... Was soll so ein Service-Point sein? Wie kann ich die Daten... Warum kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Der Upload kann aus unbekannten Gründen nicht initiiert werden. Aber keine Sorge, Nigel. Eine Ersatzkopie Ihrer Daten befindet sich in unserem Kristall-Archiv. Ein freundlicher Mitarbeiter an unseren Service-Points wird Ihnen helfen. Was? Äh... Ich versuche noch mal die Daten herunterzuladen. Ich versuche noch mal die Daten herunterzuladen. Sehr gern. Ich lade. Ich lade. Ich... Vorgang wurde abgebrochen. Upload wird nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service-Points. Okay, habe es verstanden. Es gibt ein System. Ja, genau. Dasselbe ist eben auch schon noch mal passiert. Ich versuche die Daten noch mal runterzuladen. Ich versuche noch mal die Daten herunterzuladen. Sehr gerne. Ich lade. Ich lade. Ich... Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service-Points. Gut. Äh... Service-Points. Äh... Ne, schade. Ich hatte gehofft, dass das jetzt mit dem E-Learning noch mal kommt. Aber das ist, äh... Nicht der Fall. Was soll so ein Service-Point überhaupt sein? Unsere Service-Points sind alle mit einem blauen Leuchtschild gekennzeichnet. Schauen Sie sich ruhig etwas um. Sie können Sie gar nicht verfehlen. Unsere freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne. Bitte verzeihen Sie, wenn es wegen der hohen Besucheranzahl zu Wartezeiten kommt. Hm? Ja, over-crowed hier. Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als fünf Minuten warten müssen, bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an. Oh, das ist ja reizend. Ich habe aber schon ein, äh, Erfrischungsgetränk. Wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Der Upload kann aus unbekannten Gründen nicht initiiert werden. Aber keine Sorge, Nigel. Eine Ersatzkopie Ihrer Daten befindet sich in unserem Kristallarchiv. Ein freundlicher Mitarbeiter an unseren Service-Points wird Ihnen helfen. Mhm. Ja, fantastisch. Äh. Ich habe aber keinen Durst und will sofort an meine Daten. Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Verdammt! Okay, aber das war doch jetzt gar nicht mal so unwichtig. Ähm, Regal. Wir haben doch hier schon ein Regal gesehen. Die Frage ist nur, in welches Regal, ähm, muss die Lampe, ähm, wir probieren es einfach mal aus. So, Lampe. Hm, sollte was passieren? Nein, wohl nicht. Okay, nächster Platz. Warte mal, sehe ich das richtig, dass die Lampe leuchtet? Also ich meine, richtig leuchtet. Der... Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Da leuchtet es nicht. Okay. In der Mitte leuchtet es. Nein, ähm... Ein Steckplatz... Ja. Da leuchtet es. Okay. Sollte irgendwas passieren? Ah, okay. Ja, super. Okay. Aber... Was... Da oben... Halt, warte, 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 warte. Drei merkwürdige Socke lehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich... Waren Sie auf einem... Nein. Oh, schade. Das haben wir schon gehört. Aber da oben gibt es noch eine Lampe. Ich komme nicht ran. Hm. Geht das mit dem Ding hier? Keine Ahnung wie. Okay. Bestimmt nicht. Okay. Hm. Können wir denn... Können wir denn... Nee, wie kann das jetzt... Okay, ich nehme die Lampel wieder zurück. Ah, okay. Das Ding bleibt oben. Gut, super. So. Ähm... Da passiert nichts. Ja. Okay. Da ist einer drin. Da sind zwei dran. Ist das irgendwie wichtig. Ich nehme die Lampen mal wieder zurück. Und jetzt probieren wir auch den dritten aus. Ach, halt. Quatsch. Nein, 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 nein. So. Okay. Die Frage ist nur... Kannst du da hochklettern? Ich komme nicht ran. Hm. Okay. Keine Ahnung. Hm. Was können wir jetzt machen? Ich weiß es auch nicht. Warte mal. Da sind zwei drin. Kann... Kann ich die Lampe hier oben... Also rausnehmen kann ich sie nicht, aber... Kann ich sie dort einsetzen? Ich komme nicht ran. Das geht nicht. Okay. Nein, 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 nein. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. So. Ähm. Okay. Da sind es zwei. Da sind es auch zwei. Und hier müssen... Da sind auch zwei. Ich würde jetzt mal tippen. Keine Ahnung. Den mittleren Platz. Ich weiß es nicht. Können wir das Terminum noch mal fragen? Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Hier, warte mal. Da ist... Okay. Können wir das mal betätigen? Nein, das war verkehrt. Toll. Ähm. Nochmal, bitte. Guck mal. Hier sind ja an der Seite auch Steckplätze. Das leuchtet nicht. Das leuchtet nicht. War's das? Kann's das gewesen sein? Benutzen? Fehler. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Aber das tut sie doch. War es vielleicht ein Fehler, das hintere Dings da rauszufahren? Betätigen? So, was ist jetzt? Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Hm. War das nicht der richtige? Der richtige Steckplatz? Da leuchtet sie nicht. Was ist da rum? Ich komme nicht ran. Nein, das war hier schon richtig. So. Terminal. Nimm die Kristall. Oh, wir haben den Kristall zurückbekommen. Okay. Aber, ähm... Nein, das bringt uns gar nichts. Weil da sind ja, sind ja die, äh, die Daten noch nicht drauf. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Mist. Da ist ein Datenkristall. Da ist ein Datenkristall. Oh, wie blöd. Okay, gut. Ach, meine Güte, was für ein Alter. Okay, gut, alles klar. Also, das war's. Ähm, der Datenkristall ist hier drin. Das muss wohl das Archiv sein, von dem er sprach. Damit würde ich jetzt gerne mal zurückgehen. Äh, na. Zu ihm hier. Schafft man das heute noch? Na, das machen wir lieber in der nächsten Folge. Okay. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns an, was, äh, was auf dem Datenkristall hier gespeichert ist. Also, macht es gut. Bis dahin. Alles Gute und auf Wiese gehen. Alles Gute und auf Wiese gehen.